Träum ruhig weiter, als ob meine Schnelli mit deinem Straßenköter spielen dürfte. Sie ist immerhin reinrassig. Äh, heißt das, sie rast immer in was rein? Nein, reinrassig heißt, dass sie von edelsten Ahnen abstammt. Mit Papieren und allem drum und dran. Wenn ihr uns jetzt entschuldigt, Schnelli muss mit ihrem Training anfangen. Training? Für das jährliche Schneckenrennen. Schnelli wird nämlich am Sonntag gewinnen. Sonntag?